Wir haben viele Fälle von Korruption und weil jeder die Nachrichten sehen kann und wir keine Grenzen auf unserer Informationen haben, sehen wir alle Fälle zusammen, also wir fühlen es überall. Und deshalb glaube ich ist das eines der wichtigen Mittel, glaubwürdige Politik zu machen und nichts zu versprechen, von dem man weiß, dass man es nicht halten kann. Und ich glaube, das wäre ein erster Schritt, um das Vertrauen in Politik wieder zu stärken. Als jungen Politiker, besonders, sind wir in unserer jüngeren Generation mehr credibel zu sein. Manchmal sind wir auch mehr ehrlich zu sein, um die Verkaufungen, die zu beobachten müssen und auch um die Dinge, die zu tun müssen. In Zeiten von Uncertainty, da ist es eine besondere Rolle für die Religion. Und ich glaube, jeder ist überzeugt, dass die Neue für ein Moral-Core, die Neue zu glauben, in etwas zu glauben. Es ist eine große Herausforderung für die Mädchen, wenn sie nicht die Digital-Aussteuerung und wie sich die Internet-Aussteuerung im Internet-Aussteuerung auswählen. Denn es ist eine größte Bullismo und eine größte Aggressione, die rischieren, zu sehen die Schulen nicht sicher. Ich glaube, die Polizien-Aussteuerung haben, in ein paar Länder, eine halbe der jüngeren Generation, in Unemployment. Und das ist... Du kannst nicht eine Zukunft für eine neue Generation in dieser Situation. So, wir müssen jetzt aufhören, die Austaussteuerung und zu investieren, in unsere Jungen und in die Jungen.